Scheiß auf alles. Volle Hose gegen den Frust. Seitdem Marielle an der Hochaussiedlung wohnt, frustriert sie das kühle Leben zwischen all dem Beton. Einen hellen Lichtstrahl im Grau des Alltags bringen ihr lediglich die vollen Hosen, die sie sich von Zeit zu Zeit mit großer Lust gönnt. Sich trotzig und gleichzeitig höchsterregt einzukacken, kickt sie hinauf in augiastische Höhen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de